jetzt hau die leute und willkommen zu speedrunners mit neo und aslan mal wieder die letzten folgen waren ja schon schnell alt deswegen machen wir heute neue ja wir machen neue wir lassen mit vaseline einreiben ich hab schon ewig nicht mehr gespielt also ich werde scheiße sein dazu ja nichts geändert dieser weg wird scheiße sie haben auf jeden fall auch geübt die boogies ne passt klar nicht wir sind ja schon eingespielt ja ja ihr habt ja gerade gezockt schon aber meine linke hand ist kalt das ist kacke ach so wenn man sich duckt kann man ja nicht dann kann man ja nicht ne kann man nicht weh im ducken ist nur scheiße okay also muss dann ist echt nicht mehr so der king bei dem ich glaube ich war das auch noch nie ich bin so ein trottel ja ich muss mich erst wieder mit meinen tasten bisschen einklicken hä der hat sich gerade da hoch gedreht ja das ist what he's doing oh gott das bin ich irgendwie habe ich eine scheiße gemacht ja du bist gesprungen während dem laufen kannst du kein speed aufkriegen ja uuuh schön den kisten ausgewichen hat glück das wir können aber ja ich habe noch 53 sekunden diese runde zu beenden ich werde verlieren so schnell kann ich gar nicht reagieren ja geht jetzt noch auf www.imp.com verkaufen verkauft eure schuhe an mich und die werde ich dir in meinem blog ausstellen in deinem blog und neos machst du jetzt bald youtube videos mit uuuh ah fuck mit was ja das ist halt ich würde das schön klingt und dann muss ich das gucken dass ich pubes krieg erstmal ducken wenn die kute kommt da kommt der und räumt ab da kommt der mustang und krönt nicht mehr ab warum habe ich nur gefragt dass du das ach alter ich kann das echt überhaupt nicht mehr ab jetzt sagt es jeden tag gibt es zu nicht im ansatz alter du flasher das geht nicht mehr ja passt ja mal beim flasher ne musst du ja das bestimmt schon mal gelesen das wort flasher ich glaube so heißt es ich glaube so heißt es ding bei hier black in men in black ne doch ich habe es auch schon woanders gelesen jetzt wo du es sagst alles klar hat aber gedauert könnt ihr schneller laufen switcher switcher ich bin ein hahn switcher 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 so macht ein hahn aslan dankeschön was von neo wenn ich muss sagen ja wenn ich gesund bin ja ich will auch mal so ein ending für armer 3 einsprechen was ist denn ein ending ach so gefallen die dir ja das ist für geil okay freut mich mich nicht scheiße du bist ein fetter hühnchen mann du wirst mein hühnchen kann springe hoch und flieg nicht weit oh aslan der war so dumm hä wie 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 was 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 wo wie er sich da noch in der ecke so nein nein dann haben wir einfach den kopf abgeschnitten wie kommt man da eigentlich auf diesen ich will mal da auf diesen fahrstuhl kommen da war ich einmal drin ich weiß noch nie wie ich es gemacht habe die ip launch ja ist alter nein richtig promo alter wie hat er denn die bombe dahin gelegt das war leckige ua nein ich komme da nicht mehr rein da bist du ein hurensohn ey wie ein huhn nur cooler nichts gegen hühner boah bist du ein bisschen gesund bist dann wirst du was einsprechen krass die kleinen blauen wixern morgen kommt nämlich wieder eine neue morgen kommt eine epok-folge hey halt mal dein maul alter wir reden wenigstens nebenbei und du so aber bei der morgigen epok-folge da wird sowieso nicht reingeredet am ende weil da war nicht so spannend oh leu das ist krass mein anus aber dann wenn du mal wieder gesund bist du bist so ein homo erektors alter das ist sogar wahr ne du bist ein homo sapien homo sapiens sapiens ja genau wie ein dead tour und neos schon angefangen mit VGHS solltest du echt noch machen das ist so eine serie da macht sogar die dritte noch mega spaß zu gucken hä was ach video game high school boah ey du musst dich jetzt kurz verbinden nö ich glaube ich gucke sie auf englisch hä das gibt es nicht auf deutsch das wird es noch nie auf deutsch geben es gibt es mit deutschen untertiteln ja glaube ich sehr real das nicht kann ich lassen weil ne schaut jetzt auf englisch ich meine das ist voll easy zu gucken da ist nichts dran irgendwie schwere englischwörter oder was weiß ich was man nicht verstehen könnte uh schön gesprungen aber schlecht gewichen schön gesprungen und schlecht gewichen ein buch von mustang schulz bester autoren name ever ja es ist von der mustang schulz hier ne das ne oh fuck oh fuck yo yo und ihr seid trotzdem so schnell wie ich guck dir das mal an hier schluck das ihr wichser look at this little mongo man we have mongo stand hui wow was man opa hans das kannst du doch nicht tun oh opa hans du bist opa hans ich hasse euch susi alle die machen immer zu kurz die lieder ne wer egal wer die machen zu kurz die lieder oh nein das war ein schlechtes shit ne also justin lieber macht viel zu lange lieder ja die lieder die dürfts gar nicht geben die sind die sind die müssen indiziert werden überall auf einmal gedrückt ach mit dem ding kann man sogar fliegen ok ja aber nur mit dem fiat ne auch springen halt ja nimm du richtig den weg ist mir auch wurscht wenn du nicht den weißen nimmst dann bringst du eh nix genau london silber das gong hong oja warum musst du dich eigentlich london silber nennen minderwertigkeit zertete huu ne ich würde dir unter die nase reiben dass ich nen längeren hab was aslan ja auch weiß du schwule sau ja du willst die geschichten nicht erfahren ne das will ich nicht wirklich nicht es war ein schauriger sommerabend schauriger sommer nein ein schauriger sommerabend alter das ist mein minderwertiges steckt recht das ist aslan aslan ist immer ein mindiwertiges jünger jedenfalls waren wir auf eine wiese er wollte erst normal zelt oh shit das schlimme dabei ist ich war die ganze zeit wustlos durch morphine und zwei schwarze die du hast mich voll nach oben teleportiert bevor die schwarzen kam packt er seinen dödel aus hier stopp und mal bitte dank das war echt ja genau und dann kam ich die bei die schwarzen nicht so haben wir jetzt alle den gelben haken oder wie ja gelber haken die mit dem gelben haken der war schön ne 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 ha 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 mann Ist nicht der dritte? Nicht. Alter läuft gegen Kisten. Nee, doch nicht. Aber Kisten sind halt nicht in der Sage vorgekommen, deswegen geht's nicht. Sage. Richtig geile Sage gewesen. War das keine Sage? Boah, ich freu mich so auf Nikolaus, ne? Echt? Wieso, was kriegst du? Boah, Till Lindemann in stillen Nächten. Alter. Till Lindemann in stillen... achso, das ist Buch, okay. Ja. Muss ich erstmal überlegen. Das wird super. Ich bin echt schlecht. Ich glaube, ich brauche kein Speedrunners mehr aufnehmen. Ich bin zu schlecht für den Shit. Oh, die Ho. Oh, die Ho. Oh, die Ho. Oh, die Ho. Ja, die rennt davon. Mit dem gelben Haken. Und seinem Hund John. Oh, die Ho, die Ho. Schwingt sich übers Dach. Öffne dieses Loch da. Ich komme mit, du Affe. Oh, die Ho. Hä, das hat sich jetzt aber nicht gerein. Sollte es doch nicht, weil auch ein Rap. Äh, ein Rap. Ja. Ein alter Rap? Mittelalter Rap? Okay. Dann verstehe ich's. Aber nur Mittelalter. Nicht neumodischer Mittelalter. Ne, neumodischer Mittelalter Rap. Ne, neumodischer Mittelalter Rap, Alter. Das ist mal, Alter. Sir Bird ist am Abkacken. Soll ich mal die Fragezeichen des Gut. Ich nehm' Shopping Madness. Hab' noch nie aufgenommen. Shopping Madness we never taken before man. Taken has' nie aufgenommen. Doch, ne. Wie sagt man das? Was? Aufgenommen. Captured? Film? Ja, Captured, ne? Ja, okay, Captured ist aber auch einnehmen, also, also, ja. Ne, ne, ne. Also Captured mal ne Pille, oder was? Oh! Oh! Das Destroyer-Hüte. Fuck, Alter. Ne. Ist das Hügelchen, mein Freund. Hä, du Fotze, bist woanders lang gekrochen wie so ein Keim. Keim gewonnen? Ja, deswegen hast du gewonnen. Ja! Warum renne ich den Weg? Achso, wegen dem Ding. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Oh, leu. Machen wir das Loch auf hier. Oh, jetzt. Nix, Alter. Genau, ich schieß mal ne Rakete. Oh! Dor. Hä, ich hab nicht Odor gesagt. Oh, ho, ho, ho! Ich liebe das so sehr, oder? Ja, ich auch. Oh, da ist der, der Huhnwunschmuck. Nein! Ja, Alter, erzähl mir nichts für ein Itemlag, du Fotze. Ja. Zweimal auch noch. Erzähl mir nichts. Ja, Alter. Erzähl mir nichts. Erzähl mir nichts. Ui. Das liegt an mir, was ich für Items bekomm, okay. Ja, klar liegt's an dir. Itemluck sag ich auch, nicht Itemköngespaß dazu. Was ich für Items bekomme. Ja, liegt an mir, was Itemluck ist. Das war bestimmt auch Itemluck, oder? Ja, deswegen hat er die Kugel bekommen, weil die Kugel scheiße ist. Ja klar, der Kugel ist vor der Schweron ist runtergefallen. Ist das vollkommen klar. Warum hat Neo jetzt Schaden von der Kugel bekommen, wenn Neo über der Kugel war? Weil Neos Aura krass ist. Hä, warum? Mann, ich würd scheiße machen. Das geht aber, man kann sich von da oben einscrabeln. Fuck you. Goethe. Ist er eigentlich wirklich um den Autorösten? Nee, da ging's um die Schule. Das ist einer der geilsten Filme, die ich je gesehen habe. Ich hab den Neo angeguckt, weil der sah mir so behindert aus. Oho, 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 oho. Kirsten. Gisten. Oh, wo ist die Taste für? Fuck. Ich hab die Hackentaste vergessen. Nein. Nein, Neo, warte kurz. Warte kurz. Oh. Ich versteh, bleib und mal kurz warte. Oh. Nein, nein. Nein, nein. Lass mal ein bisschen. Äh, wie heißt man das? Wenn man das so runter... Gesehen? Nein. Special Effects überall. Special Effects überall. Dazu kenne ich mich noch nicht genug mit After Effects aus, um das zu können. Boah, gut ausgewichen, Junge. Hä, ich hab weh gedacht. Das war die Quatsch dahinter. Oh shit. Hoch, runter, oben, links, rechts, vier Gräser. Adeer. R1, R2, R1, R2. Hoch, R2, links, rechts. Das ist ein Sheet von Jetpack. Oh, und was hast du jetzt für ein Sheet bekommen? Irgendwas von GTA San Andreas, lass ich mich raten. Ja. Oh, nein, ich, warum ich? Keine Ahnung, du bist ein Krettersack in einem München-Kostüm. Uh, schlecht geboren. Uh, schlecht geschmissen. Hier muss ich kurz nen Hero raushängen lassen. Mit nen kleinen Hero. Ne. Uh, Alter. Ja, okay, das war's. Deutschland. Deutschland! 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 Weißt du was geil ist? amerikaner schimpfwörter sagen leckisch mich amasche scheiße 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 das ist voll geil alter amerikanern schimpfwörter beibringen das ist richtig geil lol der fahrze homo schlägt zurück ich hab noch nicht einen punkt in der ganzen aufnahme bekommen you need to take the hook and hook das ist voll episch nicht wissen wie ich in alle kisten reinfließt das ist das erste mal dass ich einen punkt bekommen hat the fat guy in the chicken custom get a new point hey leo also dass ich gerade selbst gekoogelt wie spiel ist es denn 500.000 mitternacht was sein schwachsinn das ist erst halb nicht mal 17 22 also 11 22 ja halb gehstern ja es ist sowieso denn jetzt wird es auch die letzte runde sein bevor wir die letzte runde haben genau meine süßen wo mach ich muss noch mal schocken mit die röder dieser röder gefällt jungs der reisende die reisende die europa und der reisende kisten die stadt parking sie vor Wenn ich jetzt tot bin, dann ist es vorbei, ne? Dann kann ich nicht mehr gewinnen. Ich kann schon mal nicht mehr gewinnen. Nein! Nein! Double Rocket, Junge. Warum spielen wir eigentlich nie mit Items? Mal ganz ehrlich, ich find mit Items viel interessanter mit diesem Rad. Was? Ja, ne? Ja. Mach doch nicht. Scheiße. Oh! 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 Und tschüss Neo. Nein! Hä? Hast du dich grad am nichts gehakt? Er konnte grad am nichts haken. Nein! Hat er's! Doch nicht, Frau Fucksack. Yay! Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal! Tschüss! Schaut auf den Banner! Schaut auf den Banner! Vielen Dank.